Am Freitag war es bei diesem Video für SmackDown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review. Wir sind heute in einer 3er Konstellation unterwegs, weil diese Show nur für 2 nicht gereicht hätte. Wir haben lalalala gemacht, vor allem ich, weil das eine große Rolle im Main Event von heute spielen wird. Bis dahin müssen wir noch viel reden, aber gar nicht so viel, weil es ist nichts passiert. Ich begrüße den Pär und ich begrüße den Voyager. Voyager, das ist deine allererste SmackDown Review. Willkommen im blauen Brand. Juhu. Ich habe mich extra für dich auch blau gemacht. Ja, ich freue mich sehr. Also ich glaube, wir werden eine Menge Spaß miteinander jetzt haben, die nächste Zeit. Mal gucken. Lalalala. Lalalala. Ich freue mich aber auch über alle Leute, die live gerade dabei sind, weil wir haben gerade eine Live-Review auf Twitch. Wenn ihr auch mal dabei sein wollt, spotfight.de auf Twitch suchen. Twitch.tv slash spotfight.de Noch besser. Siehste, guck mal. Ich habe hier sogar einen Profi bei mir an der Seite sitzen. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir jetzt auch in dieser Dreier-Konstellation eine Review machen. Ich habe mit Marcel ja schon ganz, ganz viel zusammen gereviewt. Ich habe mit Pär eine einzige Review gemacht. Sein Comeback zu Raw damals. Und jetzt machen wir das hier zu dritt. Ein flotter Dreier im blauen Bild. Oh. Ich sag euch, das wird vielleicht sogar spannender als alles, was wir in den letzten zwei Stunden gesehen haben. Tja, auch einen wunderschönen guten Abend von mir. Smackdown zu bester Sendezeit für uns. 19 Uhr live war diese Ausgabe. Ich glaube, wir haben das allererste Mal in unserem Leben eine Smackdown von den Amerikanern gesehen. Ich glaube, die wurde noch nicht ausgestrahlt dort, diese Folge. Deswegen gibt es auch noch keine Bilder auf YouTube. Nichts. Kein Social Media von WWE. Gar nichts. Aber es war eine ganz besondere Ausgabe, denn sie hat in Frankreich, in Lyon stattgefunden. Und wir können das schon mal vorwegnehmen. Lyon. 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 Die Amerikaner haben immer gesagt, Lyon, hat Cody gesagt. Das heißt Lyon. Okay. Was wir sagen können ist... Listen, and repeat. Lyon. Nein, ist egal. Red was. Mir egal. Marcel, was wir sagen können ist, dass diese Show, dieser Crowd nicht würdig war. Nein. Die Crowd war besser als diese Show. Das ist schon richtig. Aber vielleicht hat die Show sich dann dem angepasst. Das kann ja sein. Ich bin noch ein bisschen aufgedreht, weil ich habe mit den Franzosen gefeiert. Das muss man auch mal sagen. Also wir sind in Lyon. Ja. Das ist im Westen Frankreichs. Nein, im Osten Frankreichs. Und ich habe gelernt, es liegt an der Rhon. Und ich habe gelernt, der Rhon ist nicht die Rhein. Andersrum. Die Rhon ist nicht der Rhein. So. Dann habt ihr das. Das ist die Erkunde Unterricht. Morgen ist natürlich Backlash. Um 18 Uhr die Kick-Off-Show deutscher Zeit und um 19 Uhr die Main-Show. Das heißt, es ist perfekte Zeit an unserem Samstag. Ja, angucken. Spotfight.de. Auf Twitch. Twitch.tv. Spotfight.de. Könnt ihr mit uns gucken. Danach die große Live-Review. Ich mache mit dem Pär. Ich weiß es immer noch nicht. Und mit dem Chris. Ja, ne? Glaube ich. Nein. Chris nicht. Virgil? Der Mann neben uns hier. Warte. Der da. Virgil. Der da. Der ist morgen auch dabei. Ach so. Denn morgen gibt es auf twitch.tv slash spotfight.de erste Watch-Along mit Virgil und mir zusammen und anschließend die große Backlash-Franc-Review. Wird geil. Ja, guck. Mit uns drei. Siehst du, das habe ich nämlich, ich habe das in der Preview auch nicht verstanden. Also wir drei offensichtlich. Was ist auch lange weg? Patrons und Kanalmitglieder, wenn ihr uns das supportet, könnt ihr euch diese Preview anhören. Die habe ich mit dem Chris aufgenommen gestern. Da haben wir eine halbe Stunde über fünf Matches geredet, die eigentlich nur 20 Minuten Zeit verdient hätten. Aber wir haben das irgendwie gefüllt und das war ganz interessant. Denn tatsächlich, diese Card interessiert uns alle nicht so wirklich. Ich glaube, da machen wir kein Geheimnis draus. Hat aber auch ein bisschen System, wenn wir gleich noch drüber reden. Was nichts daran ändert. Und damit gehen wir jetzt mal zu SmackDown rein. Nachdem ich das Tippspiel noch erwähnt habe, was ich kurz vergessen habe. Denn spotfight.de slash Tippspiel können alle Supporter und Kanalmitglieder mitmachen. Wunderbar. Tippt ihr fleißig. Und dann gewinnt ihr das. Und jetzt sind wir, oui, 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 in Lyon in der Halle. Und die Crowd, die explodiert. Also es ist wirklich ein Traum, wenn die WWE diese internationalen Events fährt. Wir haben es schon erlebt in Montreal. In Saudi-Arabien sind die auch immer sehr begeistert. Letztes Jahr Backlash war in San Juan in Puerto Rico. Die Crowd ist heiß. Sie ist wunderbar. Ich würde das Ganze, was wir jetzt erleben, als internationale Hausshow betrachten. Weil es ist wirklich so, es hätte auch eine normale Hausshow sein können. Mit, na, vielleicht zwei, drei Sachen, die durchaus Relevanz hatten ansonsten. Aber nicht. Es ist, die Prime Hydration Station ist wieder aufgebaut. Oder wie die Franzose sagen. Prim, also Prim Energie, die ist alles da. Und mein erstes, Peer, du weißt das. Du weißt, wie sehr ich Baron Corbin jetzt schätze. Wir haben das bei NXT mal verfolgt. Ich möchte monieren. Baron Corbin war nicht da. Wenn diese Crowd irgendetwas gewollt hätte und gebraucht hätte heute, dann wäre das Baron Corbin. Kommt ja morgen, Peer. Mach mir Mut, bitte. Baron Corbin muss morgen kommen. Weil wer das nicht weiß, er wird in Frankreich oder in Paris letztens in dieser Hausshow mega gefeiert, Baron Corbin. Ich glaube, ich muss dir leider jegliche Hoffnung nehmen, dass Baron Corbin morgen da rauskommt. Außer, es gibt vielleicht ein Segment, irgendein Promo-Segment morgen, da würde ich einfach wirklich ganz willkürlich, wenn man schlau ist, Baron Corbin rausschicken, damit die Crowd abgeht. Aber ey, der wurde gerade zu SmackDown gedraftet. Wir haben so oft da bei NXT drüber geredet. Von Raker ist jetzt ja dann zu Raw gedraftet worden und Corbin auch endlich wieder Mainwaster mit dem Rebranding, mit seinem neuen Entrance-Theme und allem drum und dran. Und die Franzosen feiern den. Das ist irgendwie so ein Gimmick bei denen, dass die bei den Hausshows immer Baron Corbin abgefeiert haben. Ey, die Show war, tut mir leid. So belanglos, da kannst du auch einen Baron Corbin einfach mal für einen G-Pop rausschicken. Haben sie nicht gemacht. Echt mal rum? Was soll das? Die hätten den rausschicken müssen. Baron Corbin ist nicht gekommen. Wer stattdessen gekommen ist und damit eröffnet die Show, ist Bayley. Ey, we want some Bayley. Wunderbar. Sie wird gefeiert, neuer Champion natürlich. Und Naomi ist mit ihr dabei. Sie wird auch gefeiert, weil Naomi auch. Jetzt ist das ein bisschen komisch, weil ich hatte keine Ahnung, was angesetzt war. Und ich erfahre es auch jetzt noch nicht, was angesetzt war. Denn als nächstes kommt Tiffany Stratton raus. Und dann kommen die drei Damen von Damage Kittre raus. Und dann kommt Bianca Belair raus. Und dann kommt Jade Cargill raus. Offensichtlich wollte man den Entions von Jade Cargill ganz ans Ende setzen. Und den von Bayley am Anfang. Was dazu führt, dass dieses 8-Woman-Tag-Team-Match jetzt so zerrissen wird. Aber ich habe es verstanden. Denn die vier Guten sucht euch aus. Gegen die vier Bösen. Ich möchte erwähnen, die Wrestlerinnen, sie können keine Flaggen machen. Letztes Jahr in Puerto Rico, wir haben es erlebt. Celina Vega hatte doch diese große Puerto Rico-Flagge gehabt. Von vorne gesehen, wo die Kamera filmt, war sie falsch rum. Und genau das macht Naomi jetzt auch. Es ist die Frankreich-Flagge. Bleu, blanc, rouge heißt es. Sie macht aber rouge, blanc, bleu von vorne. Das ist nicht gut. Aber ansonsten ist das ein ganz schön tolles Match. Die Stimmung ist geil. Ansonsten brauchen wir das nicht. Jade Cargill kommt relativ spät rein. Sie kommt aber rein. Hinterlässt einen Eindruck am Ende. Denkei, oh die. Bianca Belair gewinnt das in einem Match, was ich nicht gebraucht hätte. Was keiner gebraucht hätte. Was aber für diese Show in diesem Moment tatsächlich gut war. Oder nicht? Das waren neun Minuten. Das war ein kleiner Einstieg. Und das war ein kleiner Vorgeschmack auf das, was ja am nächsten Tag anstehen sollte. Irgendwie so alle Storys miteinander verwoben. Was ich sehr, sehr interessant fand, wie gut sich Bayley und Naomi miteinander verstanden haben. Obwohl sie einen Tag später dann noch um Bayleys Titel antreten. Die Stimmung war einfach bombastisch. Aber was hast du da drin gesehen? Da drin hast du einfach gesehen, was sie wahrscheinlich vorher in den Hausshows geübt haben. Es gab ein paar Take-Team-Moves zu sehen, auch als Vorgeschmack. Als Stimmungsanheizer und so für die Go-Home-Show vor dem Pay-Per-View. Ehrlich gesagt finde ich das gar nicht mal so schlimm, was man da präsentiert hat. Und ich war eigentlich noch guter Ding. Also es war ein TV-Match, was man einfach bringen konnte. Das ist nichts, woran wir uns jetzt später noch erinnern werden. Aber hier hatte ich eigentlich noch eine ganz positive Stimmung. Per, wie sah es bei dir aus? Ja, wir haben ja vorher noch so ein bisschen gequatscht, bevor dann die Show losging. Dann waren wir auch so, ja, eigentlich gar keine Ahnung, was hier heute stattfinden soll. Ich hatte dann noch dieses Tag-Team-Championship-Match im Kopf. Und dann wurde die Show eröffnet mit diesem 8-Women-Tag. Da waren halt alle Damen, die wir jetzt noch morgen bei Backlash sehen werden. Dementsprechend macht das schon Sinn, die dann auch noch mal einen Abend vorher zu featuren und der Frankreich-Crowd dann noch mal zu zeigen. Ja, es ist halt 0815 WWE-Booking. Wir machen dann vor diesen Matches noch mal am Abend vorher ein 8-Women-Tag-Team-Match, wo alle Heels in einem Team sind, alle Faces in einem Team und go for it. Ja, braucht man, glaube ich, jetzt nicht großartig drüber reden. Alle Augen waren, glaube ich, eher auf Jade Cargill gerichtet, weil da interessiert es uns ja, ey, wie macht die sich im Ring? Und dann kommt es ja auch immer dazu, dass Jade Cargill ihre Sequenz bekommt. Sie wird eingetaggt, macht dann ihre Moves. Und da muss man sagen, da ist immer wieder was Neues dabei. Also von Show zu Show steigert sie sich auf jeden Fall, zeigt neue Sachen. Einen Move, den ich auch beim Social-Media-Video von der Hausshow diese Woche in Frankreich gesehen habe. Grundsätzlich musst du hier dann die Faces auch gewinnen lassen. Wenn du schon so einen Opener bringst vor dieser geilen Crowd, die on fire war, die die Leute auch gefeiert hat, müssen die Faces dann auch gewinnen. Ja, eben. Also deswegen sage ich ja, für diese Show war dieser Auftakt wirklich gelungen, weil die Leute waren natürlich komplett drin in dem Match und hatten richtig Spaß dran. Und dann ist es eben eine Hausshow, die im TV übertragen wird und diese Stimmung. Darum ging es am Anfang. An dem Punkt würde ich es verzeihen und sagen, richtig gemacht. Später hat es sich dann so ein bisschen abgenutzt, weil dann erlebt dann der Fernsehzuschauer eine Show völlig ohne Belang und dann wird es dann ein bisschen schwierig, wenn es dann nur für die Halle ist. Aber in der Halle, die haben Spaß gehabt. Jetzt sehen wir Grayson Waller und Austin Seary, die verteidigen heute ihre Gürtel. Wunderbar, die sind in einem richtig geilen Locker-Room. Die WWE hat sonst immer nur diese Holz-Locker-Rooms und das war richtig geil. Ich habe nachgeguckt in der Halle, wo sie sind. Die ist direkt neben dem Stadion von Olympique Lyon. Das sind aber die Basketballer, die da spielen. Und da waren die richtig geil, so mit Plexiglas und so wunderbar. Und die sagen uns, hier riecht es nach Rauch, aber wir werden denen ordentlich was zeigen. Egal, hatte keinen Belang, wie die ganze Show heute. Danach sehen wir nochmal Bianca Belair und Jade Cargill in dem Interview-Backstage. Die werden morgen alles zeigen. Ist natürlich ein großes Matchmorgen, was sie da haben gegen die Kabuki Warriors und die Titel. Und die Damage-Katrille, die nerven uns einfach nur. Da kann ich mich anschließen. Bayley ist mit dem Gesagten nicht ganz so happy. Also da werden so leichte Spannungen aufgebaut. Bayley und Bianca Belair, die sind sich nicht ganz grün, aber das spielt dann auch keine Rolle. Jetzt kommt ein bisschen was von Belang, würde ich sagen. Das ist jetzt interessant, der Kamelo Haze geht jetzt zu Nick Aldis ins Büro rein. Und Nick Aldis sagt, ja, du gehörst hierhin. Du bist jetzt zu SmackDown gedraftet worden. Wunderbar, zeig es einfach allen, Mello, du bist Money. Und Kamelo Haze sagt, ja, ich habe ja letzte Woche sogar fast den Cody Lutz geschlagen. Und weil ich das so gut kann, möchte ich jetzt gerne das King of the Ring Turnier. Das startet jetzt bald, King of the Ring, Queen of the Ring. Und dann in Saudi-Arabien, in Jeddah wird das stattfinden mit SmackDown. SmackDown, das erste Mal auch in Saudi-Arabien, wird dann King of the Ring stattfinden. Und dann sagt aber der Nick Aldis, ja, vielleicht. Mal gucken, muss ich noch ein bisschen beweisen, wunderbar. Und jetzt kann ja eigentlich jeder sagen, der Bock hat. Jeder, der Bock hat, kann ja sagen, ich mache jetzt mit bei dem Turnier. Ja, im Prinzip schon. Also so ist es ja immer. Bobby Lashley ist jetzt, der hat ja damals, das war dann auch gut, als er seine Jungen zusammengestellt hat, als es seine Faction noch nicht gab, da hat er ja den Kamelo Haze auch rekrutieren wollen. Daraus spielt man so ein bisschen an. Und er sagt auch Glückwunsch, dass du da bist. Wenn du was brauchst, dann sag doch einfach Bescheid. Also da ist gute Stimmung. Aber der Kamelo Haze, der wird schon so ein bisschen überheblich. Und sagt dann, ja, ich habe ja gegen den Cody Rhodes letzte Woche fast gewonnen. Dann sagt der Bobby Lashley, ja, darauf kommst du ja nicht an, du musst gewinnen. Und dann fragt dann der Kamelo Haze, ja, aber wann hattest du denn deine letzte Chance? Das ist schon ein bisschen her. Und damals hast du auch verloren und so. Das war ganz interessant. Ja, Spannung, Virtual. Aber das war jetzt schon so das Highlight in Sachen Storytelling heute. Und dann seht ihr ja schon, wohin die Reise gehen wird. Ja, vor allen Dingen, wenn du den Kontrast siehst zwischen der Szene mit Bobby Lashley und Kamelo Haze und den Frauen davor. Also ich habe zum Beispiel, ich verfolge ja SmackDown nicht regelmäßig. Ich habe keine Ahnung, wo die Spannung zwischen Bailey und Bianca Belair jetzt herkommen. Uns wurde während des Live-Chats gesagt, da gab es eine Story vor sechs, sieben Monaten oder so, dass die irgendwas miteinander zu tun hatten. Jo, kann sein, keine Ahnung. Es hat eher dazu geführt, dass ich darüber nachgedacht habe, ey, vielleicht wechseln ja morgen doch nicht die Tag-Team-Titel der Frauen, sondern vielleicht wird ja Bianca schneller als gedacht auf die Seite der Bösewichten wechseln. Das danach, das hat mir gefallen. Nummer eins, Bobby Lashley sah aus wie ein Superstar. Ich habe die Face-Heal-Dynamik überhaupt gar nicht verstanden. Später habe ich erst gerafft, dass The Pride offensichtlich Faces sind. Okay, hat nicht auf mich so gewirkt. Aber es war ein Follow-up für die letzte Woche. Kamelo Hayes stand jetzt nicht so krass im Fokus, aber man hat gezeigt, dass er ein Player ist. An der Stelle habe ich mir gedacht, ja, als Backstage-Segment, das kannst du bringen. Also ein bisschen so die Geschichten erzählen. Ich frage mich halt, wann und wo haben sie das aufgezeichnet? Weil ich glaube nicht, dass die alle in Frankreich waren übrigens. Das kann durchaus sein. Später nochmal Nick Aldis da. Ja, Per, wir müssen jetzt leider gleich über Karen Tross reden. Bist du da geistig schon in der Lage zu? Er war ja auch bei NXT. Wir haben einen NXT-Talk geredet, gemacht, eine Review. Möchte ich erwähnen, denn wir werden jetzt wieder wöchentlich NXT besprechen. Haben wir nicht. Doch, doch, haben wir. Aber ich bin noch nicht geistig dazu in der Lage. Deswegen möchte ich noch ganz kurz sagen, Kamelo Hayes und Bobby Lash, diese Interaktion von den beiden, war wahrscheinlich wirklich sogar das Highlight von SmackDown. Mir gefällt, wie man Kamelo Hayes reinbringt in die Main-Shows. Weil, Marcel, wir haben ja schon viel über Kamelo Hayes gesprochen bei NXT. Wir haben seine ganze Entwicklung verfolgt, vom North American Champion bis hin zum NXT Champion. Und da war ja die letzte Woche wirklich so ein böser Heel. Also wirklich dieser böse Gegenspieler von Tric Williams. Und mir gefällt diese Darstellung von Hayes aktuell. Er ist, ich bin nicht so ganz sicher, ist er jetzt Face oder Heel? Aber er lässt so leicht arrogante Züge zeigen, die sich unterscheiden von seinem Heel-NXT-Run. Also das, finde ich, ist eine ganz andere Darstellung. Der hat eine ganz andere Wirkung schon auf mich, wo ich sage, ey, so nehme ich auf jeden Fall diesen Kamelo Hayes. Letzte Woche gegen Cody hatte der noch so ein bisschen Respektsbekundung in dem Match. Da hat er ja zwar verloren, aber es war noch so ein bisschen Respektsbekundung. Aber ich glaube schon, dass der jetzt weiter in diese Heel-Richtung geht. Und aus Erfahrung wissen wir auch, Heel ist das, was Kamelo Hayes am besten kann. Wir haben ihn als Face gesehen, als Face-Champion. Das war leider relativ belanglos, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen als Heel ist er schon an der richtigen Stelle. Und ich hoffe, das wird was bei SmackDown. Ja, ja, ja. Ich überlege gerade, King of the Ring, wenn er drin ist, dann müsste er ja eigentlich irgendwie einen großen raushauen. Also ich sehe ihn jetzt nicht als King of the Ring. Das passt doch gar nicht zum Gimmick, glaube ich. Also nee. Aber jetzt mal angenommen, theoretisch, und Gunther oder so, der hat ja schon sich angemeldet, der Kamelo Hayes würde Gunther rauswerfen. Das wäre eine große Sache. Und Gunther könnte dann bei Raw irgendwas weitererzählen. Vielleicht das. Und trotzdem möchte ich nochmal auf NXT einspielen. Denn ich möchte Werbung machen für NXT. Ja, wir machen jetzt jede Woche, jeden Mittwoch, wieder eine NXT-Review zu den aktuellen Shows. Ein bisschen kürzer als gewohnte halbe Stunde. Das ist so wie dieses SmackDown-Review heute. Das wird heute auch nicht allzu lang werden, das stimmt. Und dann reden wir wieder über NXT, weil da passieren auch große Dinge. Und da war Karen Cross dabei. Also Final Testament, sie wollten alle Gürtel holen bei NXT. Hat noch nicht geklappt. Vielleicht später. Und jetzt kommen die nämlich auch. Sie sind strunzenlangweilig. Also, Virgin, freu dich drauf. Die kommen jetzt zu Raw. Wir werden jetzt bald auch viel über Final Testament reden. Die hatten heute die AOPler, die hatten heute ein Match gegen New Cat Republic. Die sind auch bei Raw, ne? Die sind auch gewechselt, ja. Also man kann das quasi nächste Woche bei Raw direkt nochmal wiederholen. Wir wissen ja, der Draft wird ab nächsten Montag bei Raw stattfinden. Also alles, was heute war, war noch egal. Dieses Match hat sogar einen Aufbau. Ich wusste ihn nicht mehr, aber deswegen wird er mir ja gezeigt. Denn letzte Woche große Attacke gewesen. AOP hat angegriffen. Wunderbar. Und bei NXT haben dann New Cat Republic die Revanche gemacht. Und deswegen haben die ja dann nicht den NXT-Teil geholt. Das war gewesen. Tyler Bate ist stark, ne? Vic Strongboy. Der macht einen Dreh an einem der AOPler. Das möchte ich sagen. Einen Zwing. Scarlett ist irgendwann auf dem Apron. Darf sie nicht. Karen Cross kümmert sich um Tyler Bate. Böser, böser Eingriff. Die AOPs gewinnen. Ja. Also Standortbestimmung, oder? Also sagen wir mal so, die zehn Minuten dieses Matches haben wir dafür genutzt, einmal herauszufinden, wer von den beiden A-Cam und wer Reza ist. Wo die beiden auch herkommen. Wir wissen jetzt, dass der eine Kanadier ist mit indischen Wurzeln, im Prinzip wie Jinder Mahal. Und der andere ist in den Niederlanden geboren, in Amsterdam und hat albanische Wurzeln. Ja, hallo, das ist ein Hauntornbau in Niederlande. Das ist doch fast neben Frankreich. Warum wird der nicht gefeiert? Das ist doch Europa, oder? Und wir nennen sie jetzt die Authors of Scam, weil sie ja in ihrer WWE-freien Pause die ganzen Indie-Wrestler gescammt haben. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Sorry, das Match hat mich überhaupt gar nicht interessiert. Mich hat die Geschichte dahinter auch nicht interessiert. Und das liegt einfach daran, dass ich zwei Leute davon wirklich nicht im Ring sehen will. Ich fand das Match nicht gut. Ich fand es auch nicht unterhaltsam. Ich fand das nicht besser als den Opener. Ich fand es auch nicht besser als das andere Tag Team Match. Musst du mir überlegen. Wir haben, Spoiler, Spoiler, vier Matches bei dieser Show gehabt. Und davon waren drei Multiman Matches. Also Tag Team Matches, irgendeiner Art. Und dafür, dass das das längste war, war das für mich das schwächste. Aber auch einfach, weil da vier Leute drin sind, die jetzt nicht irgendwie mich hinterm oben her wollen. Haben die sich angestrengt? Ja. Aber ich will keinen davon eigentlich im Ring im Moment sehen. Von daher habe ich überhaupt gar keinen Bock auf Montag, ehrlich gesagt. Also ich bin ja ein Experte und deswegen würde ich jetzt noch ganz gerne auf einige Moves eingehen aus diesem Match. Oh. Pause. Jetzt wird es. Jetzt wird es spannend. Achtung. Nee, Pause. Reicht. Fertig. Ach so. Okay. Ich habe den Witz verstanden. Ja, es war belanglos. Es war hausschauermäßig, aber die Crowd hat es geliebt. Auch da ist die Crowd mit abgegangen und sie hat sich aber auch selber vergnügt. Also es war jetzt nicht so die ganze Zeit, dass sie dann immer in den Matches drin waren. Vor allem im Main Event werden wir vielleicht noch mal drüber reden. Stell dir diese Matches vor einer amerikanischen Crowd vor. Ach, da machen sie es wahrscheinlich gar nicht. Aber es hatte keinen Belang. Aber jetzt, ihr habt gerade gesagt, Kamelo Hayes war das Highlight. Jetzt kommt mein Highlight, Paul Heyman. Da war nämlich etwas drin. Da möchte ich sehr gerne mit euch drüber reden. Also wir sind im Büro von Nick Aldis, sei es in Lyon oder sei es in Amerika, das wissen wir nicht. Und jetzt kommt WWE Hall of Famer Paul Heyman hinzu. Und er bittet jetzt darum. Er hat ihn vorher auch schon angerufen. Er möchte wirklich, dass Randy Orton und Kevin Owens das Match morgen gegen Solo Sikor und Tamatunga absagen. Dass sie nicht kommen, weil es besser für uns alle ist. Für die ist das am besten, weil sie dann nicht verprügelt werden. Und für SmackDown auch, weil dann diese Glamage, dass diese Bilder dann nicht on air gehen müssen. Finde ich sehr interessant. Und dann sagt Paul Heyman zu Nick Aldis, was morgen mit den beiden passieren wird. Und das ist der gestandene Wrestler. Also Randy Orton sowieso, Kevin Owens gerade Nummer zwei auf SmackDown gepickt bei Raw. Und er sagt, was mit denen passieren wird, das ist deine Schuld, Nick Aldis. Und jetzt erfahren wir, Paul Heyman verplappert sich. Und das finde ich sehr interessant. Er verplappert sich und er sagt, er hat seit WrestleMania nicht mehr mit Roman Reigns gesprochen. Das hat so viele Konsequenzen. Also zum einen, was ist da los? Weil der Wise Man, vorher wurde immer gesagt, die reden täglich. Und der Wise Man ist das Sprachrohr von Roman Reigns. Zum anderen, hat er vielleicht mit jemand anders geredet? Da ist doch noch so ein Final-Boss-Pair. Kann das sein, dass da schon irgendwas gespielt wird? Oder wie hast du das gesehen? Das war meine Highlight von Spector und diese Aussage. Der Heyman ist einfach ein Gott. Der ist ein hervorragender Schauspieler. Und was er schon allein mit seiner Mimik und seiner Gestik transportiert, dass der irgendwas weiß, was wir nicht wissen. Und da auch so einen kleinen Cliffhanger mit reinbringt. Und das ist phänomenal, wie der das rüberbringt. Ich lieb's einfach. Und das war wie so ein Paukenschlag. Oh, er hat mit seinem herzallerliebsten Tribal Chief seit WrestleMania nicht mehr gesprochen. Er wollte ihn ja anrufen. Er wollte ihn ja in SmackDown auf der Main. Er wollte ihn kurz anrufen. Hat aber der Solo Sequoia ja leider verhindert. Und man weiß nicht, ist er noch der Tribal Chief? Ist er noch der beste Samoana, den es auf dieser Welt gibt? Wir wissen's nicht. Ich hab ihn auch nicht mehr gesehen. Ich hab auch nicht mit Roman Reigns gesprochen seit WrestleMania. Ich kann's euch leider auch nicht sagen. Nicht, was du. Wörtchen, hast du mit ihm geredet? Nee, seitdem er sein Handy gewechselt hat, hab ich seine Handynummer nicht mehr. Das ist ein bisschen problematisch, um es zu erreichen. Aber so sind die Superstars. Wenn du vier Jahre Champion bist, dann musst du auch nicht mehr jedem Lumpen bei der Handynummer geben. Nee, aber ich fand das auch sehr, sehr interessant. Und ich fand auch wirklich Paul Heyman, er hatte ja später noch einen kleineren Auftritt, war so der kleinste rote Faden, den du überhaupt in der Show finden kannst. Aber alleine auch seine Augen. Die sahen ja wirklich aus. So rot, ein bisschen leicht glasig. Ich hab erst gedacht, er hat mit Rob Van Dam abgehangen. Oder aber er hat Backstage ein bisschen geweint. Eins von den beiden Sachen wird's gewesen sein. Ich fand's gut. Also das war wirklich das Storytelling. Und umso mehr ich darüber nachdenke, umso mehr glaube ich, dass sie diese ganzen Backstage-Szenen definitiv nicht in Frankreich aufgenommen haben. Ja. Ich könnte mir bei Paul Heyman sogar vorstellen, dass das absichtlich war. Dass er damit irgendwas zeigen will, dass er wirklich in Tränen nah war. Wir hatten auch die Geschichte gehabt, als Roman Reigns ihn mal kurzzeitig verlassen hat, als er dann so komplett verwahrlost war und sein Bart und so. Das ist einer, der macht das. Aber das hat so viele Implikationen. Also es kann auch sein. Roman Reigns ist ja jetzt irgendwo auf der Insel. Der guckt, ich hab geguckt, die Zeitverschiebung zwischen da und Samoa ist zwölf Stunden. Das heißt, der guckt genau zwölf Stunden später. Da ist es jetzt gerade. Wir haben gerade halb zehn abends, bei ihm ist es halb zehn morgens. Das heißt, Roman Reigns wird nicht, auf Bild plus wird das nicht geguckt haben. Er müsste ja dann VPN haben oder irgendwie sowas. Hat der nicht, weil der morgens nicht aufsteht. Der hat seine Manny, wenn es immer nachts. Deswegen kann der das nicht. So, und jetzt ist nämlich, diese Folge Smackdown haben wir schon gesehen in Europa. Die lief jetzt live. Wir konnten die sehen. Sie wird aber erst heute Nacht, also später, zur gewohnten Sendezeit, bei uns zwei Uhr, wird sie ausgestrahlt in Amerika. Und dann wird wahrscheinlich auch Roman Reigns diese Show sehen. Das heißt, Paul Heyman hat jetzt die Chance, den Produzenten und Nick Alders zu sagen, diesen Versprecher, bitte schneidet ihn raus. Ich fände das so genial, wenn das passieren würde, wenn in der US-Ausstrahlung dieser Satz nicht mit drin wäre, weil Paul Heyman gesagt hat, nein, nein, das darf der Roman Reigns niemals erfahren. Ich glaube nicht, dass sie es machen, aber das wäre eine tolle Story, wenn man die genau so erzählen würde. Denn wir erfahren jetzt auch, dass das mit dem Draft, Roman Reigns ist ja nicht für den Draft angetreten, dass das auch gar nicht die Idee von Roman Reigns war, sondern von Paul Heyman selber. Und warum? Weil er auch einen Roman Reigns schützen will vor dem, was Solo Sikora jetzt anstellen könnte. Und da ist Paul Heyman, da ist er wieder der Gott, weil er kann jetzt allein durch so eine logische Aktion, stellt er jetzt gerade Solo Sikora, der für uns gar nicht so viel wert ist aktuell, über Roman Reigns. Und er sagt, ich weiß nicht, was der Mann tut. Ich habe Angst um Roman Reigns. Ich habe sogar Angst um die Gegner. Um einen Randy Orton habe ich Angst, was der Solo Sikora tun könnte. Das fand ich gut. Er hatte gar keine andere Wahl. Ja, er konnte diesen Roman Reigns nicht in dieses Chaos werfen. Und Nick Aldis, du solltest das auch nicht tun. Versuch's doch bitte nochmal. Und dann sagt Nick Aldis, ja, das ist aber nicht mein Problem. Das ist ein restlichen Match. Wenn du was ändern willst, dann ändere es doch jetzt, denn gleich ist die AKO-Show mit Kevin Orton und Randy Orton. Und dann kannst du die beiden ja selbst nochmal überzeugen. Und das war gut. Das war wirklich gut, Per. Also wenn die ganze Show so gewesen wäre, hätte ich gesagt, geile Show, aber das war auch das einzige Storyline-mäßige, was wir heute erlebt haben. Das war wirklich leider das einzige Story-mäßige, was wir erlebt haben. Hallo, Kamelo Hayes? Ja, gut, nehmen wir auch. Das war aber ein Anfang. Das war ein Anfang, ja. Das war ein Anfang. Aber mal ganz ehrlich, wie gut ein Paul Heyman auch einfach andere Leute overbringt. Er bringt einfach einen Solo Sikora als Zerstörer over, als jemand, der anscheinend den Thron will, der jetzt auch der Tribal Chief sein will. Und das finde ich gut, wie einfach ein Solo Sikora aus dieser ganzen Geschichte profitiert, dadurch, dass jetzt ein Roman Reigns abwesend ist und The Rock erstmal abwesend ist. Perfekt, da kannst du die Badlands-Story da nicht booken. Also, die war schon so vorgeschrieben quasi eigentlich, dass ein Roman Reigns eine Pause geben muss und dass ein Solo Sikora jetzt einfach sauer ist und den Thron übernehmen möchte und genau das macht man auch. Und Paul Heyman, der ist einfach so unfassbar erfahren und bringt einfach so einen unfassbaren Mehrwert, auch die Jugendtalente da over zu bringen und das gefällt mir richtig gut. Ich habe da auch gar nichts hinzuzufügen. Also, mir hat das auch sehr gefallen. Ich mag ihn einfach in seiner Rolle und ganz im Ernst, wie viele Leute haben gedacht, Bloodline-Story ist jetzt vorbei und wir schreiben wirklich immer noch Kapitel. Das muss nicht immer der Main Event sein, das muss nicht immer die krasseste Vordergrundgeschichte sein, aber das, was jetzt eben im Hintergrund erzählt wird, ich glaube, das wird Richtungsweisen für die nächsten Monate sein. Von daher, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ja, wir sind jetzt gerade wieder im Aufholen oder im Reinfahren in die neue Ära, in die neue Saison, jetzt, wenn man so will. Summerslam ist dann das nächste große Highlight und bis dahin bauten wir jetzt wieder Sachen auf. Also, ich würde das auf keinen Fall vergleichen mit dem, was wir in der Bitterblatt dann schon erlebt haben. Das war ein ganz anderes Level noch. Aber wenn wir jetzt hier was anfangen und was aufbauen und der Solo-Sikor, die Tamatonga, die machen dann eine Blattlein 2.0 oder so, dann kann das gut werden oder auch nicht, werden wir dann sehen. Jetzt haben wir diese AKO-Show. Erste Mal, dass die beiden das zusammen machen. Es gibt sogar T-Shirts, also A und dann KO daneben. Das heißt, die bleiben wahrscheinlich ein bisschen länger. Wobei, es gab damals diese Y2-Aj-Geschichte mit Chris Jericho und AJ Styles. Da haben sie auch T-Shirts gehabt, aber das zwei Wochen später wieder weg. Randy Orton kommt rein und alle singen seinen Theme-Song. Woher kennen die die Lyrics? Ich kann die nicht mal, obwohl ich das immer höre. Großartig. Und dann kommt der Hometown-Hero Kevin Owens. Er ist Kanadier, aber er spricht Französisch. Ich habe auch diese Kick-Off-Show vorher geguckt. Da hat man sich wieder draußen vor der Halle präsentiert. Triple H war da, alle da. Kevin Owens hat da auch Französisch geredet. Auch toll. Und jetzt sitzen sich beide in den Ring auf Bürostühle und reden so ein bisschen, machen so ein bisschen Spaß. Und dann kommt Ladies and Gentlemen. Die Story geht weiter. Paul Heyman möchte denen ja jetzt sagen, bitte, macht das nicht. Ich bin hier der WWE Undisputed Wise Man und ich möchte euch raten, geht nicht in dieses Match rein, bleibt draußen. Und die Crowd an der Stelle, we won Roman. Ja, und da spült Paul Heyman sogar drauf ein, ja, ich will den auch hier haben, aber der ist halt jetzt nicht hier. Ich mache hier die Geschäfte gerade. Tut euch jetzt den Gefallen, sagt das Match morgen ab und das wollen die natürlich nicht. Das ist ja klar, dass Kevin Owens und Randy Orton jetzt niemals sagen, nee, wollen wir nicht. Und Kevin Owens fragt dann den Paul Heyman, reilst du eigentlich nicht? Wie das alles um dir herum jetzt gerade zusammenfällt? Du bist doch hier der kleinste Ratte. Du wirst dann auch untergehen mit denen. Ja, okay. Randy Orton fragt, wer ist denn der wahre Tribal Chief überhaupt? Ist das noch Roman Reigns? Ja, und dann sagt Paul Heyman, die Welt weiß, dass es nur einen Tribal Chief gibt und wir erfahren nichts. Keine Antwort, denn in diesem Augenblick Solo Sikor und Tamatonga greifen von hinten an. Offizielle Security muss kommen. Einer von der Security geht sogar durch den Tisch von Randy Orton oder aufs Pult drauf. Zumindest Kevin Owens fliegt von oben drauf. Und dann war es das mit der Geschichte. Das heißt, es ist nicht viel passiert, Virgil. Aber diese Geschichte mit Paul Heyman spielt sich weiter und das Match findet selbstverständlich morgen weiterhin statt. Irgendwie musst du ja die Zeit füllen, wenn du nicht so viel zu erzählen hast. Irgendwie musst du ja go home, du musst die Leute ja heiß machen. Und was wollten die Leute sehen? Die wollten ihre Superstars sehen. Die wollten ein bisschen Geplänke sehen und mehr hat man wirklich auch nicht gesehen. Das große Ding findet morgen statt und die meisten Leute, die heute in der Halle waren, werden halt morgen auch wieder da sein. Von daher finde ich das als Vorbereitung ganz okay. Ich glaube, ich habe einen kleinen Logikfehler entdeckt, aber vielleicht kann mir das jemand auch erklären. In dem Segment mit Nick Aldis hat er zu ihm gesagt, geh doch einfach in den Ring und frag sie direkt mal selber, ob sie nicht in den Ring steigen wollen. Kevin Owens hatte aber eine andere Erklärung, warum Paul Heyman da ist. Er sagt, er schreibt mir hier seit Mittwoch, nachts um fünf habe ich hier Nachrichten bekommen, habe ich gesagt, komm jetzt mal vorbei. Ich glaube, die wussten legit nicht in Frankreich. Scheiße, die drehen irgendein Video, wo sie erklären, warum Paul Heyman dann im Ring ist. Komm, wir denken uns mal selber irgendwas aus. Für mich hat das nicht so viel Sinn ergibt, aber ich kann darüber hinwegsehen, weil am Ende des Tages war das nur ein kleines Ventil, um irgendwie die kleine Story miteinander weiterzuerzählen. An sich finde ich es in Ordnung, aber ich glaube, das liegt auch nur daran, dass ich es in Ordnung finde, weil die Fans das Segment einfach so geil gemacht haben. Die haben ja wirklich alles mitgesungen, die haben alles mitgechantet, die waren, egal welchem Wort, was die beiden gesagt haben, waren die ja heiß und ich hatte auch das Gefühl, Kevin Owens und Randy Orton hatten viel Spaß, sind sich zwischendurch ein bisschen ins Wort gefallen, hatten eine gute Chemie, aber miteinander. Also ich würde die beide schon gerne länger als zwei Wochen miteinander sehen, muss ich mal sagen, weil ich auch finde, dass die Position so eine upper Midcard-Fede, die aber nicht richtig Main Event ist, aber hält sie trotzdem weit, boah, fast hätte ich meinen Energy umgeschmissen, hält sie aber trotzdem weit weg vom World Title und das finde ich einfach gut, weil da ist im Moment sowieso gar kein Platz für die beiden. Du willst damit sagen, diese Story, Kevin Owens und Randy Orton ist die gleiche wie Bianca und Willi und Jett Cargill. Okay. Fer, wie hast du das gesehen? Im Prinzip kann man das so sagen. Ja, ich habe da inhaltlich eigentlich auch nicht viel mehr hinzuzufügen. Diese Storyline hat nicht so viel Inhalt außer Brawl, Brawl, Brawl und genau das haben wir ja auch noch gesehen dann in dieser Ausgabe. Owens und Orton haben halt einfach eine geile Chemie miteinander und du merkst halt auch einfach an solchen Segmenten, was eine Crowd alles ausmacht. Die können eine noch so beschissene Show einfach auf ein anderes Level heben und inhaltlich wäre das komplett untergegangen in Amerika. Also inhaltlich hättest du das natürlich auch gar nicht so rüberbringen können, weil dieses Segment von der Stimmung der Crowd gelebt hat, von der Interaktion auch mit der Crowd, da sind Owens und Orton natürlich Profis. Und eigentlich das Einzige, was ich aus diesem Segment mitgenommen habe, war, dass der Randy nicht so der Ride-A-Ray-Typ ist, sondern eher so der Out-of-Nowhere-Typ, als es um den AKO gegen Heyman ging. Den hätte ich ja ganz gerne noch gesehen, aber den gab es ja leider nicht. Am Ende stehen dann die Faces oben nach dem Brawl. Klassiker, WWE 0815, heute stehen die Faces oben, morgen gewinnen natürlich dann die Eels. Wahrscheinlich. Ja, mit Paul Heyman kann ich noch erwähnen, das war tatsächlich ganz lustig. Also er fragt wieder, er ist ein höflicher Mensch, ob er in den Ring kommen darf zu der AKO-Show. Man weiß es nicht, er vertraut dir nicht so wirklich. Kevin Owens sagt, wenn du jetzt reinkommst, dann heißt das, du darfst keinen AKO mit Anim machen. Und dann sagt Randy Orton, ja, das kann ich nicht planen, ich bin mehr so ein Out-of-Nowhere-Guy. Und dann ist Paul Heyman die ganze Zeit, dass der Segment steht draußen, weil er sich nicht reintraut. War interessant, war gut, aber jetzt geht es wieder in die Belanglosigkeit, liebe Leute, in die Hausshow-Belanglosigkeit. Das klingt ja zu abwertend, aber ich bin ein Zuschauer, der mir das von zu Hause anguckt in Deutschland und ich möchte eine Smackdown-Show sehen. Ich möchte nicht sehen, was die da in einer Hausshow machen. Also ich letztens war in Berlin, in Köln, in Hamburg, dann wollte ich eine Hausshow sehen und bin in der Halle und in der Halle fühlt sich das ganz anders an. Aber für eine Wrestling-Show im Fernsehen, komm jetzt. Die Street Profits, die sagen, ja, wir werden heute sowas von gewinnen. Oui, oui, oui. Egal. Jetzt ein Match, ihr ahnt es nicht, es muss passieren, Ellen Knight gegen Angel. So, so ein Ding war das. Le Chevalier oder La Chevalier versus Anges. Ja, wenn das die Franzosen sind. Der heißt Angel. Angel. Ja, Angel. Du hast das nicht verstanden. Mit Chevalier, es wird ein QR-Code eingeblendet. Das habe ich gesehen, das war eine Onkel-Houdi-Referenz, vermutlich, ich habe ihn nicht angeklickt, schaut das selber. Ellen Knight gewinnt das Match, sagt nach dem Match noch yeah, yeah und da ist eine Logik-Lüke-Virge, die habe ich gefunden, denn er sagt jetzt, ich bin bei King of the Ring dabei. Der hat doch jetzt gerade der Nick Aldis beim Cabello Hays gesagt, ja, müssen wir mal gucken, aber Ellen Knight darf das jetzt einfach dabei und dann kommt Santos Escobar, der steht ja noch am Ring und sagt, ja, nee, nee, ist halt nicht und so und ich vermute, weil man macht ja international immer gerne Kick-Off-Shows, Kick-Off-Matches, wahrscheinlich um die Technik nochmal zu testen oder die Leitung und so, könnte ich mir vorstellen, dass wir dann morgen in der Kick-Off-Show vielleicht nochmal Ellen Knight gegen Santos Escobar sehen. Haben sie in Australien einen Kick-Off-Match gemacht? Bitte? Haben sie in Australien einen Kick-Off-Match gemacht? Ja, da war doch Frauen-Tag-Team-Match mit in die Artwild und so. Stimmt. In Saudi-Arabien macht man das oft, also ich meine, wenn sie über See sind, machen sie Kick-Off-Show-Matches. Ich möchte aber noch diese WWE-Logik sagen. Eigentlich müsste Santos Escobar-Face sein, weil, wenn Kevin Owens als Kanadier zählt, dann zählt Santos Escobar als Mexikaner auch, denn Mexiko ist ja quasi Spanien und Spanien grenzt an Frankreich. Also Santos Escobar müsste der Gute sein, ist es aber nicht. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwas dazu sagen wollt. Yeah, Pea. Yeah, Pea, das reint sich doch. Yeah, Pea, geile Überleitung. Ja, zum Match will ich gar nichts sagen. Das war einfach komplett belanglos. Also ich habe mich auch gefragt, wer sich das da zusammengebuckt hat. Was haben die für eine Story miteinander? Was geht da ab? Hat man dann letzte Woche bei SmackDown irgendwas zugebracht? Ich glaube nicht, oder? Also, dass wenn Santos auch sagt, nee, ich will jetzt nicht nur teilnehmen am Turnier, ich will das Turnier sogar gewinnen. Also es kann einfach jeder Hinz und Kunz hingehen und sagen, ich will jetzt im Turnier dabei sein. Und dann bist du halt einfach dabei. Aber in Camelo Hayes, nee, da musst du nochmal drüber sprechen, ob der dabei sein darf. Ja, das war auch wieder so ein Stimmungsmatch, natürlich. Wie halte ich die Stimmung hoch? Hau Ellen Knight raus. Yeah, wir feiern Ellen Knight. Wir halten die Stimmung hoch und mehr war das halt auch nicht so. Und auch unsere beiden Jungs hier, Berto und Angel, die vorher noch Humberto Carrillo und Angel Garza hießen und jetzt like Vince McMahon einfach komplett drei Viertel ihres Namens gestrichen bekommen haben, bei NXT ein geiles Rebranding erhalten haben. Das ist auch schon wieder völlig für die Cuts gewesen. Also dieses ganze Rebranding, wo dann der Opa die heimgesucht hat im Schlaf und wollte, dass sie sich vertragen und zusammen kämpfen und für den mexikanischen Stolz aufstehen. Das ist also komplett belanglos, die beiden. Die haben auch nicht mehr ihre Kratzer auf der Brust. Das waren ja hier diese, wie so der Monster Energy, diese Kratzer hatten die doch immer auf der Brust. Weißt du noch, Marcel? Ja, das waren nur Tattoos. Die sind wieder weg. Ja, ja, also ich hab die heute nicht gesehen auf der Brust. Hatten die nicht Davey Richards und Eddie Edwards auch mal? Die Wolves oder so? Aber mal ganz im Ernst, die haben doch nicht mal ein Entrance bekommen. Die standen einfach so im Ring. Und wenn sie den einen Angel nennen anstatt Angel, dann heißt der andere auch nicht Berto, sondern Berto. Das sind Angel und Berto. Das klingt, als wären die irgendwie so ein Comedy-Duo. Nee, ihr hört sich an wie Ernie und Bert, ne, so ein bisschen. Ja, die sitzen in der Badewanne mit einem Quietsche-Entchen. Geil. Angel und Berto. Siehste, haben wir doch wieder was. Ja, es war egal, das interessiert mich auch nicht. Ich möchte jetzt was anderes sagen. Ich möchte, nee, Wörter und Berto. Mach einfach weiter, weil ich hab zu dem Match wirklich auch gar nichts mehr zusammen. Mach weiter. Ja, hab ich mir gedacht, deswegen mach ich jetzt weiter. Wir müssen ja Zeit schritten. Nee, gar nicht. Das Gegenteil davon. Egal. Was ich sagen wollte, WWE-Hall-of-Famer Ray Mysterio ist eine ganz schlechte Führungsfigur. Alles, was CM Punk und alles, was die Leute über Toni Kahn gerade sagen, trifft auf Ray Mysterio zu. Ich sag euch auch, warum. Denn wir sehen jetzt noch mal den Betrug von Kalito. Ja, böse, böse. Hat er ja attackiert und wurde dann trotzdem mitgedraftet. Also das dürfen wir auch nicht vergessen. Weil uns Hexen fragt ihn jetzt, warum hast du das gemacht? Und dann sagt er, weil Ray Mysterio mich nicht bei WrestleMania haben wollte. Und da hat er doch recht. Wie war das denn damals? Ray Mysterio hatte Santos Escobar in der LWO drin. Ja, und dann hat er sich aber den Kalito gesucht für ein Match in, war es nicht sogar Backlash? Vielleicht war es Backlash vielleicht woanders. Und dann hat er doch... Ja, und dann hat doch Santos, ja, dann war es später, dann hat doch Santos gesagt, ja, aber das war doch mein Match. Ich attackiere dich jetzt. Ich gehöre nicht mehr zu dir, weil du mich hintergangen hast, weil du einen externen holst. So, was passiert jetzt? Und dann war doch noch die Szene, wo dann der Kalito gekommen ist und hat gesagt, guck doch mal auf den Titan schon, wer hat dich denn attackiert? Und dann hat Kalito doch aufgedeckt, dass es Santos war und dann hat Santos den Ray geturnt. So, was ist jetzt passiert? Jetzt war der Kalito in dem Match mit Ray Mysterio bei WrestleMania und dann hat er sich aber den Dragon Lee gesucht statt den Kalito, hat er nicht genommen. Genau das Gleiche wie da und dann kam der Santos angesagt und guck doch mal auf den Titan schon, das war doch der Kalito und dann hat Kalito doch den Ray Mysterio kaputt gemacht. Jetzt sagen alle, der Kalito ist böse. Nein, der Ray ist ein schlechter Anführer. Warum macht er das? Der hat doch 20 Leute um sich drumherum. Alle Mexikaner der Welt, warum sucht er sich ständig neue? Und Dragon Lee attackiert jetzt auch noch den Kalito. Das ist böse von dem. Ich finde das alles böse. Ich mag das nicht. Ich freue mich, dass wir jetzt bei Raw und bei SmackDown Mexikaner haben. Ja. Also dieses Backstage-Segment von Kalito, ich habe den Mann einfach nicht verstanden. Der hat sich angehört, als ob der seine Faust im Mund die ganze Zeit hatte. Der hat so genuschelt die ganze Zeit. Ich musste dem, ich musste wirklich, ich habe gehofft, der beißt gleich wirklich vom Apfel ab und rotzt dem mal bitte den Apfel ins Gesicht. Das hätte irgendwas noch gerettet von seinem Charakter. Aber also, allein dieser Heel-Turn letzte Woche wieder links rechts guckt, kurz den Dragon Lee vermöbelt, einen Backstabber verpasst und dann wegrennt, als ob der einen Geist gesehen hat. Was war das für eine Heel-Turner letzte Woche? Also, diese Backstage-Promo von ihm und dieses Backstage-Segment war genauso generisch, wie sein Theme-Song mittlerweile ist. Tut mir leid, Kalito eigentlich ein geiler Typ und ich würde ihn wieder als arroganten, apfelspuckenden, ekelhaften Heel sehen, aber es ist leider nicht der Fall und ich glaube, wir werden das auch nicht in allzu naher Zukunft bekommen. Ich bin großer Fan von Kalito. Das ist schon sehr, sehr lang gewesen. Ich durfte den Mann sogar selber interviewen und ich glaube, in meinem Interview mit ihm bei der GWF hat er nicht so genuschelt wie hier bei diesem Interview. Ich habe auch sehr wenig verstanden. Ich habe verstanden, dass er sich wie ein kleines Kind fühlt, was irgendwie vernachlässigt worden ist, weil die Leute lieber mit anderen Leuten spielen als mit ihm, aber Bruder, du bist seit einem Jahr jetzt wieder zurück, seit dem letzten Backlash. Also ich meine, den Vertrag hat er glaube ich vorher schon gehabt. Stimmt, Jubiläum. Und das wirkt ja jetzt genau, die haben keine Ahnung, was die mit ihm machen sollen. Diese Promo war super, Leckluster, der Turn war super, Leckluster, alles, was er in dem letzten Jahr gemacht hat. Er muss aufpassen, dass man ihn nicht im selben Atemzug nennt wie großartige Comebacks wie die Headbangers, wenn ihr euch erinnert. Die Headbangers oder die Spirit Squad. Also das waren doch schon zwei Comebacks, wo man gedacht hat, warum? Und bei ihm denke ich, dass seit einem Jahr und der Mann kann, der Mann sieht aus und eigentlich ist er auch besser in Promos, aber es wirkt halt alles so ein bisschen gerade so, wie Carlito damals am Ende seiner Zeit, bevor er entlassen wurde, und zwar, dass er keinen Bock hat. Und ich habe echt Angst, dass aus dem Comeback eigentlich nichts wird. Also so, wie er jetzt gerade ist, das wäre ja auch voll okay, wenn er bei NXT rumtonen würde, weil dann würden Leute wenigstens was von ihm lernen. Ich habe keine Ahnung, ob er mal den Mainros dazu suchen hat. Weißt du, was das Problem ist, Virgil? Weißt du, was das Problem ist, dass du aktuell viel zu viele Mexikaner-Charaktere hast, die so wie Santos Escobar oder Carlito sein sollten. Du hast, also, du turnst jetzt einen Carlito-Heal, aber du hast auf der anderen Seite schon einen Santos Escobar, der wahrscheinlich das Gleiche verkörpern würde wie einen Carlito. Dann hast du noch einen Dominic Mysterio, der auch schon gegen Rey, also alle turnen ja gegen Rey. Rey ist ja wirklich die ärmste Sau auf diesem Planeten, weil alle sich von dem, alle den verlassen. Es gibt ein Video auf WWE-YouTube, alle sieben Betrayals von Leuten gegen Rey Mysterio, alle. Ja, der Mann, bei ihm steht naiv an der Decke, das ist leider einfach so. Und dann hast du auch noch einen Andrade, der zurückgekommen ist, du hast viel zu viele so Charaktere, so mexikanische Charaktere und da passt ein Carlito leider nicht mehr rein, das ist einfach too much, du brauchst irgendwas anderes für ihn, du kannst ihm jetzt nicht das gleiche Gimmick wie dem Santos Escobar geben, das geht nicht. Fließt er sich dann jetzt Santos Escobar auch an? Und dann gibt es die LWO Wolfpack zu viert, was es auch nicht bester für mich macht. Gold, Premium, ich weiß es. Carlito tut mir wirklich leid für ihn, weil er ist ein cooler Typ eigentlich. Ich habe eine Idee, liebe WWE, behandelt doch eure Wrestler nicht so Stereotyp. Also nur weil jemand Mexikaner ist, kann er doch trotzdem Charakter haben oder ein Gimmick oder irgendwas anderes tun. Also das ist ein bisschen, ich weiß auch nicht, jetzt hat man die gesplittert, die einen sind bei Raw, die anderen sind bei SmackDown, die bauen jetzt so Superallianzen auch wahrscheinlich. Da hast du so 20 LWO, 20 Legado, das ist so eine Zuchtstation und irgendwann dann zack, dann machst du eine eigene Show. Dann machst du dann irgendwie eine eigene Rumble erst, dann die Show. Rumble noch und dann machst du so Wrestling Mexiko oder so und dann ist das so eine WWE-Show, wo dann nur Mexikaner gegeneinander antreten in 18 verschiedenen Stables und dann kannst du dann gucken, ob dann die LWO grün-rot, ob die da eine Chance hat oder so. Ich mag das nicht, auch nicht. Genauso wie das Nächste. Wir sind immer noch bei SmackDown, liebe Leute. Die Street Profits haben jetzt eine Titelchance bekommen, aus Gründen. Da war doch letztens dieses Turnier um die Tag-Team-Gürtel und da haben sie doch verloren und jetzt sind sie aber da und die Champions sind aus dem Studio und Grayson Warner, das ist schön. Die Crowd macht wieder alles, nur nicht auf das Match achten, aber das ist auch richtig so. Allee, le bleu, das habe ich verstanden. Allee, le bleu, weil das immer beim Fußball ist. Viele der Chans habe ich leider nicht verstanden. Schreibt es gerne in die Kommentare und klärt uns auf. Es war immer ein, deux beim Cover und dann haben sie irgendwas gerufen und sich dann voll gefreut, dass sie das gerufen haben. Wahrscheinlich so ein, zwei Polizei oder so. Ich habe es nicht verstanden, tut mir leid, aber es war sehr lustig. Allee, le bleu. Am Ende, ich habe nicht hingeguckt, weil ich so gelangweilt war, passieren Dinge, böse Sachen, die so wichtig sind, dass keiner der beiden Kommentoren etwas dazu sagt und auch keine Wiederholung gezeigt wird. Habt ihr das gesehen? Weil es ist nämlich eine Titelverteidigung. Ja, wer hätte das gedacht? Grayson Warner aus der Serie sind immer noch Champion. Hast du aufgepasst? Ich habe nicht aufgepasst. Die haben gecheatet beim Finish. Was haben sie denn nochmal genau gemacht? Weißt du es noch, Per? Nee, ich habe dann auch nicht mehr drauf geachtet. Schreibt es in die Kommentare oder lasst es sein. Dieses Titelmatch hat stattgefunden. Ich möchte nur ganz kurz erwähnen, das war ja das einzige Matchroom, bei dem es wirklich um was ging an diesem Abend und die Champions bekommen einen Jobber-Entrance. Die kommen noch zur Musik, also das wird wahrscheinlich in Amerika dann anders produziert werden, aber die kommen noch zur Musik des Street Profits raus und auf halbem Weg oder fast eigentlich zwei Drittel des Weges wird dann die Musik bei der Hälfte von denen eingespielt und dann sind sie am Ring. Also die Champions bekommen einfach einen Jobber-Entrance. Es war der Darstellung schon wieder so komplett bekloppt. Ja, Match war eigentlich gar nicht so schlecht. Angela Dawkins hat schon ein nice- Matchroom night, ehrlich gesagt. Eigentlich schon, ja. Angela Dawkins hat ein paar ganz coole Moves da gezeigt, weil Theory und Waller ja beide diesen, was ist es, dieser Roll, wo der den Ring rollt, der DDT, wie heißt der, den wollten sie ja beide machen und Angela Dawkins, der konnte dann beide Moves von denen, das fand ich eigentlich ganz cool. Aber natürlich verteidigen die Champs, das wäre ja wirklich gedacht, dass jetzt, ich glaube Virgil hat es gedacht. Ich habe gedacht, pass mal auf, ich sehe es ja von dem Gesichtspunkt eines Promoters und da bist du in einem anderen Land und dann willst du vielleicht auch für einen krassen Moment sorgen, den die Fans wirklich nicht mehr vergessen. Gut, morgen hast du ja, ich spekuliere darauf, dass du morgen Women's-Titel, Tag-Team-Titelwechsel hast, dann hast du deinen Moment, aber ich habe gedacht, vielleicht, vielleicht machen sie heute bei Frankreich, dass die Leute einmal wenigstens poppen. Die hätten ja auch am nächsten Tag ein Rematch machen können und dann hätten die Titel auch wieder zurückwechseln können. Ich habe gehofft, vielleicht gibt es einfach einen Moment, weil das hätte die Show ja auch ein bisschen geschichtsträchtiger gemacht, ein bisschen denkwürdiger. Also, ich habe ein bisschen darauf gehofft, ich habe mich von einem Falls-Finish habe ich mich catchen lassen, aber auch eher aus Hoffnung, aber insgesamt ganz im Ernst, wenn du das Match nicht gesehen hast, ist es auch nicht so schlimm. Ich denke mir, das Match wäre gar nicht so schlimm auch morgen auf der Kart gewesen, aber dann hättest du ja bei Smackdown noch weniger gehabt, gesehen und vergessen, ehrlich gesagt. Also, so schade es ist, so sehr sich die Leute angestrengt haben, aber viel Futter hat das Match auch nicht gegeben. Auch nicht Gründe, dass ich das jetzt unbedingt nochmal sehen will. Nee, also tatsächlich von der Wertigkeit dieses Gürtels gerade hätte es gar nicht geschadet, ob jetzt die Street-Troffins-Champions sind oder Aether und Down Under, das wäre egal gewesen. Morgen vielleicht, morgen hätte man dann das machen können mit dem Titelwechsel. Heute in diese Show hätte es auch gar nicht reingepasst. Hausshow, da sind wir halt wieder, da hast du auch jede Menge Titel-Matches und am Ende wird verteidigt. Also, nicht falsch verstehen, das Match war tatsächlich gut, aber es hat mich ja nicht interessiert, deswegen habe ich nicht hingeguckt. Das war das Ding. Und jetzt Main Event, also ich sage ja immer Main Event, wenn das, was am Ende passiert ist, ist ja jetzt kein Match mehr, was jetzt kommt, sondern ein Face-to-Face. Ja, hier treffen sich gleich mehrere Probleme, die die WWE aktuell zu lösen hat und eins der Probleme ist, dass wir leider seit WrestleMania erst drei Wochen oder so hatten und da kann man halt kein großartiges Match aufbauen. Also, ich hätte mir für Backlash fast gewünscht, wenn man einfach ein paar WrestleMania-Rematches drauf packt, weil da hat man wenigstens eine Story, die man noch weitererzählen könnte, aber Cody Rhodes und AJ Styles, da ist keine Story da, da war so ein kleines Turnier gewesen mit zwei Triple Threads und dann hat AJ Styles am Ende nochmal gegen Ellen Knight gewonnen, das war ganz interessant, weil man das nochmal aufgewärmt hat, aber jetzt dieses Match hat keinerlei Bewandtes. Interessanterweise, in der Kick-Off-Show hat AJ Styles sein Match gegen Dusty Rhodes erwähnt. Er hat mal, wo war das TNA, Virgil, du weißt das besser, bei TNA schon mal gegen Dusty Rhodes gekämpft und das hat AJ Styles in dieser Kick-Off-Show aufgegriffen, aber jetzt nicht mehr bei SmackDown. Also, das war ein bisschen komisch, das heißt, man hat nicht mehr wirklich viel Tiefe reingebracht, ein Face-to-Face, die beiden stehen im Ring, AJ Styles, egal, über was wir reden sollen, du bist im Ring mit dem phänomenalen AJ Styles, darauf kommt es an, fokussier dich doch mal und da habe ich gedacht, ja, fokussiert ist so das Thema. So, und jetzt müssen wir über Produktion reden. Wenn ich gesagt habe, am Anfang, das erste Match war toll, weil es hat genau in die Crowd gepasst, die Crowd war da, du musst dich auf die Crowd freuen, dann machst du eben ein Match, das interessiert keinen, aber es ist geil. Jetzt hast du aber am Ende ein Main Event, wo Cody Rhodes und AJ Styles den Main Event eines WWE Premium Live Events promoten wollen und sie werden sehr tief und sie gehen ernst rein und sie versuchen jetzt beide Promos zu halten, die nochmal irgendwie auf dem allerletzten Meter nochmal irgendwie Ernsthaftigkeit da reinbringen und jetzt hat die Crowd komplett keine Lust mehr und diese Crowd zerstört dieses Segment. So wie es gewesen ist, es war unfreiwillig komisch, es war vielleicht eines der schlechtesten Segmente, die wir dieses Jahr gesehen haben, was daran lag, dass die Crowd komplett darauf scheißt. Manchmal zwischendurch hat man sogar gemerkt, die Crowd ist mal ruhig, weil sie jetzt die Höflichkeit hat, AJ Styles reden zu lassen oder Cody Rhodes reden zu lassen und nachdem der dann sein Ding abgepfeffert hat, dann wird wieder gefeiert. Die singen einfach, die feiern. Am Anfang gehen sie noch drauf ein, wunderbar, Cody Rhodes hält sein Gürtel rostet, die reden nicht. Hätte man besser machen sollen wie letztes Jahr, Montreal oder vorletztes Jahr schon, Elimination Chamber, da weiß ich noch, Sami Zayn wurde gefeiert, ohne Ende, die Crowd war abgegangen und er hat aber nicht viel gemacht, er hat statt dem Ring und hat sich zehn Minuten mehr oder weniger die Crowd angehört, ein bisschen interagiert und ist wieder gegangen. Deswegen, du als Promoter kannst du wahrscheinlich besser was zu sagen. Ich fand es einfach deplatziert, dass man jetzt diese Ernsthaftigkeit reingebracht hat in einer Crowd, die keinerlei Bock darauf hatte und sich einfach gefeiert hatte. Ich hätte es besser gefunden, wenn die einfach zehn Minuten mit der Crowd gefeiert hätten. Der eine macht was Gutes, der andere wäre was Böses, hätte besser funktioniert, aber so fand ich es unfreiwillig komisch, ehrlich gesagt. Bei mir ist es tatsächlich nicht so angekommen, aber das liegt auch daran, dass ich nicht verstanden habe, was die Fans gesungen haben. Ich habe tatsächlich gedacht, die feiern einfach die beiden Leute und sich selber noch ein bisschen mit und die hatten einfach Spaß an dem ganzen Segment, aber jetzt, wo du sagst, kann natürlich auch sein, dass sie es torpediert haben und einfach nur Spaß für sich selber gemacht haben. Ist natürlich immer schwer, mit solchen Sachen umzugehen, weil irgendwie musst du schon mit den Leuten spielen, aber irgendwie willst du auch dein Programm durchziehen und sie haben es ja versucht. AJ Styles mit der Promo, wo er gesagt hat, ja, im Gegensatz zu dir, ich musste mir ja alles verdienen, ich musste mich hier hochkämpfen, WWE wollte mich lange nicht haben und du, du bist halt das goldene Kind, du bist in die Fußstapfen getreten, du bist der Sohn von Dusty Rhodes und dann hat er es schon wieder erwähnt und ich dachte mir, ich bin drüberer. Das war so deplatziert an der Stelle. Ja, ich bin einfach auch drüber an dem Punkt, nicht, dass ich jetzt sage, Cody Rhodes ist ein schlechter Champion, der Mann hat den Titel seit nicht mal einem Monat so und wie viele Titelverteidigungen hat er gehabt und ich denke auch nicht, dass er den Titel wieder abgeben muss, aber ich bin am Punkt, wo ich nicht immer daran erinnert werden muss, dass er ja eigentlich noch einen viel bekannteren Vater hat. Okay, hast du nicht jetzt mit dem World Title Erfolg deinen Vater ein bisschen überstrahlt? In 20 Jahren wird man sich eher an deinen Namen erinnern oder an den Namen von deinem Vater? Ich glaube inzwischen sogar eher an deinen Namen. Also ich bin an dem Punkt weg, es kann doch nicht immer weiter nur um Dusty Rhodes gehen und dass jeder irgendwie was mit Dusty Rhodes zu tun hatte. Also weiß ich nicht. Naja, also das ist das eigentliche Thema, um das es geht. Also AJ Styles sagt, ja, du bist damals abgehauen und dann kamst du, aber wirklich, du hast offene Türen eingerannt. Alle wollten dich haben, alle haben dich zum Himmel gepusht und alles toll. Und AJ Styles, als er damals gekommen ist, er musste sich alles erarbeiten. Er hat jahrelang gebraucht, bis er überhaupt zur WWE kam. Und da war das nicht so. Wenn da jetzt AJ Styles die Line noch gebracht hätte, als ich damals zur WWE gekommen bin beim Royal Rumble, da hat man sogar Roman Reigns gezeigt statt mir. Da hätte man noch was reinbringen können, aber das war dann zu tief. Und dann haben sie, da wollten sie am Ende noch so ein bisschen too sweet machen. Dann kam noch eine Referenz auf den Bullet Club. Du warst mal der Anführer. Hat überhaupt nicht reingepasst. Und die Crowd, ich weiß nicht, was sie gesungen hat, das werden irgendwelche Schlager gewesen sein. So Dieter Ötzi auf Französisch oder so. Die so lalalala. Deswegen haben wir das am Anfang mal lalalala. Es war lustig. Und die Crowd hat sich gefeiert. Und bei einer Hausshow muss die Crowd auch feiern. Und das ist die beste Hausshow der Welt. Aber für mich als Fernsehzuschauer, also entweder ich sehe jetzt da ein ernstes Duell, ein Rededuell zwischen den beiden. Oder ich sehe eine Crowd, die sich feiert. Wie hast du das gesehen? Ich fand es einfach deplatziert. Du hast gerade schon ganz richtig gesagt, da waren ein paar ganz coole Ansätze drin. So Bullet Club Referenz oder noch zwei andere Dinge. Wenn man das dann als Aufhänger für das ganze Segment genommen hätte, dass du einen roten Faden drin hast und wirklich dann über ein mögliches Thema sprichst. Da hätte ich gesagt, cool, dann hast du vielleicht nochmal ein bisschen Story jetzt für das Match morgen bei Backlash reingebracht. Aber dadurch, dass die Crowd auch so null auf das Gesagte reagiert hat und wirklich nur gefeiert hat, hat sich in AJ Styles auch einmal kurz verhaspelt. Ich glaube, der hat es auch relativ schwer gehabt, das overzubringen, was er vielleicht auch overbringen wollte. Watch Chance hat er auch bekommen. Watch Chance hat er auch bekommen. Andererseits ist es ja cool, weil von einem Gesichtspunkt her hat diese Crowd ja diese Show unfassbar aufgewertet. Stell dir mal vor, von einer amerikanischen Crowd, ich hätte wahrscheinlich nach zwei Minuten ausgeschalten bei dieser Show. Aber zum Main Event hat es dann halt eben nicht so gepasst, wenn du wirklich noch so ein bisschen Story erzählen willst. Das Problem ist halt einfach, dass, ja, Cody gegen AJ Styles in den Köpfen der Leute schon so ein Dream-Match ist. Aber ich sage auch, dass Dream-Matches von AJ Styles leider in der Vergangenheit bei WWE zumindest nicht so gezogen haben. Ich erinnere noch mal an Nakamura zum Beispiel. Und du hast einfach echt nichts rausgeholt aus dieser Fede. Es tut einem Cody nicht gut, seine erste Titelverteidigung mit so wenig Handlungssträngen zu haben. Und ich habe eben schon mal im Stream diesen Hot Take gebracht. Ich glaube auch mittlerweile, dass es, es gibt einfach keine guten Face-Championship-Runs mehr. Wir haben bei NXT zum Beispiel nur Face-Champions gesehen, nur Face-Champions-Runs und waren uns irgendwann einig, also eigentlich funktioniert das nicht. In Ilja hat keinen guten Face-Championship-Run gehabt, in Braun Breaker hat keinen Championship-Run gehabt, der gut war. Kamelo Hayes war als Face-Champion auch nicht gut, weil du ja irgendwann an dem Punkt bist, wo deine Face-Storyline auserzählt. Die ist irgendwann auserzählt einfach. Du hast meistens als Face deinen größten Moment erreicht, wenn du den Titel gewinnst. Da hast du den Endboss besiegt, wie Super Mario dann den Browser besiegt hat, um seine Prinzessin zu retten. Das ist dann ja auserzählt und dann fängst du wieder bei Null an. Aber irgendwann zieht das halt einfach nicht mehr, weil du bist dann ja der Gejagte und du musst zwangsläufig eigentlich dann ab der Hälfte, eigentlich ab einem Drittel deiner Face-Run-Zeiten musst du eigentlich Heal-Turn. So ein Heal-Cody Rhodes als Homelander von The Boys, der sieht auch original gleich aus wie Homelander, das ist das Geile noch. Würde ich richtig gerne sehen. Ich hoffe, das passiert auch noch bei diesem Run und dass der dadurch auch länger gehen kann. Aber wir haben es bei Rollins auch gesehen, da waren so viele belanglose Sachen dabei mit Nakamura, der hat ja auch von vorne ein bisschen nur einen Face-Run durchgezogen und du kannst einfach die Messlatte nicht mehr so hoch halten als Face. Das ist einfach leider nicht möglich. Du musst zwangsläufig irgendwann Heal-Turn und ich hoffe, dass es ein Cody auch macht, weil wenn das so auf dem Niveau weitergeht, dann, boah, gute Nacht. Da muss ein ... Das Problem ist ja auch, wenn sich deine ganzen Storys nur darum drehen, hey, ich kannte deinen Vater. Ja. Das ist doch ... Er hat doch jetzt das Schicksal für seinen Vater erfüllt. Bei WrestleMania hat er das Schicksal für seinen Vater doch erfüllt. Er hat den Endboss-Masik, er hat endlich den Titel gewonnen. Ja, jetzt erzähl mir doch, warum, keine Ahnung, Pharao heute einen Haufen auf die Wiese gelegt hat. Okay, das wäre wenigstens irgendein anderer Handlungsström, den du mir erzählen kannst. Ja, wirklich. Keine Ahnung, es muss auf jeden Fall was passieren, dass es wenigstens wieder interessant wird. Weil ich sag mal so, Backlash letztes Jahr war ich als auch null hyped und die Show war bombastisch, weil die Crowd geil war. Heute haben wir gesehen, die französische Crowd ist auch sehr geil drauf, also könnte morgen die Show auch nochmal aufwerten. Die Messlatte für Deutschland ist hoch. Die Messlatte für Deutschland ist hoch. Ja, aber vergleicht doch auch mal bitte die Card von Backlash im letzten Jahr mit der Card für Backlash in diesem Jahr. Also keiner von uns würde doch sagen, dass Backlash letztes Jahr ein absoluter C-Pay-Per-View war, oder nicht? Ja, von der Card ... So toll war der auch nicht. Also die Rollins gegen Omos, hast du da drauf gefragt? Hat Anita nicht gewresselt? Ja, der ist natürlich ein Legastar. Ja, schon, aber Buddy gegen Devin Priest damals war ja jetzt auch nur für Puerto Rico geil. Ansonsten ist das ja jetzt auch nicht so das Legakras damit. ein Match, was auf den Markt zugeschnitten ist. Gut, die hat keine französischen Superstars mehr, seitdem sie Sylvester Lefort rausgeschmissen haben, der übrigens, glaube ich, einen Auftritt hatte. Ich glaube, Randy Orton hat Sylvester Lefort hier den Backdrop auf den Kommentatoren-Tisch verpasst. Ach, echt? Er hat sein Comeback gefeiert. Ja, man hat in der Kick-Off-Show, das kann ich noch erwähnen, hat man André The Giant einen Spieler gemacht, kam natürlich aus Grenoble. Les France-Alpes wurde ja angekündigt immer, auch ein Franzose in der WWE, aber da hat man die Frankreich-Karte nie groß gespielt. Und ja, tatsächlich ist das das Problem. Ich habe auch mit Chris in unserem Preview für alle Kanäle, die dann Support, da hört euch die nochmal an, drüber geredet, dass dieses Jahr, du hast halt keine Home-Tourne-Heroes. Also Kevin Owens wird von der Crowd natürlich nur gefressen, weil die Karen Owens lieben und weil er die Sprache spricht. Aber keiner in der Crowd ein paar Schuhe. Deswegen, das fehlt dieses Jahr definitiv. Und deswegen war Projeto Rico letztes Jahr Backlash umso besser, weil die Card selber, rein von den Namen für die internationale Audience, die hat auch nicht viel mehr hergegeben. Und das ist aber auch ganz normal und da möchte ich wirklich einen Schuh für die WWE brechen oder wie immer das heißt. Denn nach WrestleMania, es ist eine ganz schwere Zeit, du hast deinen Saison-Highlight gehabt, es geht jetzt wieder ein bisschen runter, gemächlicher. Wir bauen jetzt gerade neue Sachen Richtung Summerslam auf, deswegen muss da auch nicht mehr passieren. Und wenn das morgen eine Glorified-House-Show wird, mehr erwarte ich nicht. Das ist absolut in Ordnung und das ist halt das Problem. Sollen sie gar nichts machen in der Zeit? Können sie auch nicht. Aber die können ja jetzt kein WrestleMania-Gleiches Programm jetzt wieder aufbauen und direkt drei Wochen später weiterfahren oder vier Wochen später. Das funktioniert ja auch nicht. Ja, ich stimme dir da zum Großteil schon zu, aber am Ende des Tages darfst du auch nicht vergessen, wie viel die Leute heute für die Show bezahlt haben und sie haben 32 Minuten Wrestling gesehen. Was nicht unbedingt jetzt das spannendste Wrestling aller Zeiten war. Ja, aber ich sage dir, die hatten trotzdem ihren Spaß. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand in der Halle das bereut hat, die Kartenkohle zu haben. Und du darfst auch nicht vergessen, wir haben deutsche Plakate aufheben. Ist dir das aufgefallen? Irgendwer hatte da zwischendurch deutsche Plakat. Das heißt, da sind auch Leute aus Deutschland hingeflogen, die auch dafür bezahlt haben, das zu sehen. 32 Minuten Wrestling. Also morgen erwarte ich, ich erwarte nicht, dass die jetzt die krassesten Geschichten erzählen oder sonst irgendwas. Aber in diesen fünf Matches erwarte ich, dass die sich den Arsch aufreißen und ich glaube aber auch, dass sie es tun werden. Ja. Für die Fans, weil sie haben es ja heute gehört. Ja. Und darauf kommt es dann auch nur an. Und wir werden am Ende, weil wir nicht die großen Erwartungen haben, sagen, war eigentlich ganz cool, hat Spaß gemacht. Mehr erwarte ich dann nicht. Und dann passt das. Die Show sind noch gar nicht zu Ende. Müssen wir jetzt auch ein bisschen nochmal über die Produktion reden, denn wir sehen jetzt noch ein Endbrawl quasi. Dreiviertelstunde müsste das jetzt laufen, denn Randy Orton und Kevin Owens brawlen sich immer noch mit der Bloodline, mit Tamantonko und Solo Sikor. Wird nochmal kurz eine Minute eingeblendet, dass sie sich da rumhauen. Ich soll glauben, dass das die ganze Zeit ging. Dann war es dann auch zu Ende. Und tatsächlich, gehen wir jetzt, ich würde sagen, zehn Minuten zu früh für uns raus. Aber da wird dann ja noch rumgeschraubt werden. Es wird noch editiert werden. Also diese Show geht tatsächlich nur bis zehn vor neun, statt bis neun wie sonst. Es kann auch sein, dass man in Amerika noch Sachen dazu schneidet. Irgendwelche Wechselstirmente, irgendwelche Promo-Sachen. Vielleicht geht die Werbung dann länger. Wir hatten heute weniger Werbung, kann auch sein. Vielleicht, ich hoffe das ja so ein bisschen, hat man noch Sachen zurückgehalten, irgendwelche Wechselstirmente, dass man vielleicht nicht spoilern wollte für den US-Markt, dass dann noch was kommt. Also haltet die Augen und Ohren offen, ob sich bei Smackdown in der US-Version noch irgendwas ändert. Wir haben jetzt über die deutsche Version geredet und da würde ich sagen, unser Fazit, ich habe meins schon vorweggenommen, ich würde es als internationaler Hausshow bezeichnen. Per, wie hast du insgesamt jetzt diese Show eingeordnet? Internationale Hausshow beschreibt das, glaube ich, ganz gut. Vielleicht einfach noch mal kurz zur Produktion. Wir haben da ein Live-Signal erhalten, das natürlich noch gar nicht ausgearbeitet ist. Ich finde, das hat man an vielen Punkten in dieser Show gemerkt, glaube ich, auch an der Audio, weil die Crowd war teilweise super laut und dann abrupt wieder ist der Pegel runtergegangen. Also da hat man dann auch noch nicht ganz 100 Prozent an der Audio-Verstärkung rumgefeilt. Das würde man wahrscheinlich dann in der Live-Ausgabe dann in Amerika noch ein bisschen anders machen. Das würde mich dann auch einfach mal interessieren, wie das da noch mal nachproduziert, sich anhört und auch aussieht. Grundsätzlich, da war null Inhalt drin. Also wäre das jetzt wirklich eine normale Wochenshow gewesen im WWE-TV-Programm in Amerika, in, keine Ahnung, Minnesota oder so, dann hätte ich gesagt, braucht sich keiner angucken. Wer ist komplett belanglos gewesen? Keiner der Morgen-Backlash-Show hat irgendwas verpasst. Es war einfach nur, glaube ich, für uns deutsche Fans ganz gut, dass wir mal gesehen haben, wie sieht jetzt sowas aus, mal endlich zwei Shows zu haben, die nicht in England stattfinden, sondern mal jetzt in anderen Ländern. Wir exploren neue Märkte und wir haben gesehen, mit welcher Einstellung wir dann jetzt in den Bash in Berlin reingehen können. Also erwartet da wirklich keine große Smackdown-Ausgabe vor dem Bash. Bitte nicht. Geht da wirklich mit einer positiven Einstellung rein. Ich werde mir auf jeden Fall zehn Bier reinschrauben und dann werde ich genauso abgehen, la, 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 wie die ganzen französischen Fans da. Ja, dann werde ich auch ein bisschen abtanzen. Aber ich weiß jetzt, worauf ich mich einstellen kann. Ich weiß, worauf ich mich einstellen kann. Das ist schon mal gut für mich, für mein Bewusstsein. Und ich hoffe, ihr da draußen, die auch zum Bash gehen, habt da auch ein bisschen Learnings mitgenommen, wie das so aussehen wird. Ich denke auch, Leute. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, was ich da hinzufügen soll. Aber ganz im Ernst, die Show war mangelhaft, würde ich sie schon nennen. Vielleicht ein paar Awards. Awards haben wir noch gar nicht. Sind die gleichen wie bei Raw, die heißt es nur anders. Match hat man ja schon gesagt. Match war ja das Tag Team Match. Ja. Also welches? Hahaha. Ach ja, das Tag Team Title Match. Hat auch keiner mehr erwähnt am Ende. Ja, keine Ahnung, wer hier goldener Goldberg und Gold und die Dumpfbacke. Nee, das heißt hier Wärmepumpe der Woche. Die Wärmepumpe. Ach was? Es gibt nichts Besseres als Wärmepumpen. Deswegen haben wir das Wärmepumpe genannt und den Blödlern des Tages haben wir hier. Wer das nicht weiß, Virgil ist ein Fachmann für Wärmepumpen. Das ist ein Insider jetzt hier. Ganz im Ernst, ich gebe hier keine Awards. Das war eine Show, also unter Teserstreifen. Das ist wirklich mangelhaft. Das ist nicht ungenügend, weil es war wirklich für eine schlechte Leistung selbst eine Auszeichnung verdient. Ja, die könnt ihr eher dann. Schlotze geben. Und, aber die Fans gehen von denen zwei mit Sternchen. Nee, keine eins, weil am Ende, wie der Weber sagt, es ging zu sehr um die Fans anstatt um das, was im Ring passiert. Die haben das Segment zerstört. Ja, unterhaltsam für das, was es war. Es ist schön, das mitgemacht zu haben, aber ich glaube, mein Leben wäre jetzt auch nicht großartig anders, wenn ich es nicht gesehen hätte. Ich denke schon. Wir können aber nicht, also für so eine Show können wir nicht Schlotze geben. Schlotze machen wir vielleicht ein, zweimal im Jahr. Ihr macht das. Ich bin nur Gast, ihr macht das. Ja, genau so. Tja, wenn du auch Schlotze sagst, mache ich Schlotze. Also, aus welchem Blickwinkel betrachten wir das? Betrachten wir das aus dem Blickwinkel, dass es eine internationale Smackdown-Ausgabe war oder aus dem Blickwinkel, es hat ja schon was mit dem Kanon von BWE zu tun, weil wenn wir es aus dem Kanon-Winkel betrachten ... Ja, wir haben es geguckt. Wir waren nicht in der Halle. Wir müssen es aus unserem Sicht Ja, dann war das auf jeden Fall Schlotze. Das war komplette Schlotze. Tut mir leid. Wir haben eine Schlotze, das ist selten genug. Wir haben ziemlich viele Blödiejahne gehabt. Ich will mir die Awards verleihen, weil die Leute wollen das. Die lieben das, dass wir Awards machen. Deswegen verteile ich jetzt die Awards. Ich gebe jetzt einfach die Wärmepumpe an Cody Rhodes, weil er Champion geworden ist. Der hat seit WrestleMania noch keinen gekriegt. Und Blödiejahn ist für mich dann Paul Heyman, weil er wollte was und hat nichts erreicht. Und dann habe ich jetzt Awards verteilt. Schreibt in die Kommentare, was ihr meint. Virgil, wir müssen noch etwas machen. Wir sind jetzt am Ende von Smackdown. Wie ist das nämlich die ganze Zeit? Wir sind gerade die Flagge von, was ist das? Nicaragua oder so. Wir müssen die Frankreich-Flagge machen. Bitte, Virgil, mach dich rot. Und dann singen wir noch die französische Nationalhymne, die da heißt Frère Jacques. So. Virgil, das ist nicht vorbereitet übrigens. Heißt sie nicht? Wir singen auch nicht Frère Jacques. Warte, ich rufe mir noch. Welche Flagge ist das denn? Nicaragua gucke ich gerade nach. Die ist gestreift, aber andersrum. Schreibt auch das in die Kommentare, ob es diese Flagge gibt. Aber jetzt haben wir Blöblanc Rouge. Ich sehe es. Virgil ist nur leider weg. Das macht nichts fair. Wir singen gleich Frère Jacques und zwar als dreistimmiger Kanon. Heute ist übrigens, falls ihr mich fragt, welcher Tag heute ist, heute ist der Ohne-Rose-Tag. Und deswegen ist die Kamera auch bei uns allen dreien ein wenig weiter oben angesetzt. Was macht denn der Virgil jetzt? Ah oui. Blöblanc Rouge. Das war unser Smackdown-Review. Ihr habt beide nichts mehr zu sagen, denn wir werden uns selbstverständlich morgen Backlash France anschauen. Um 19 Uhr beginnt die Hauptshow. Ja, auf twitch.de. Nee, doch. twitch.tv slash spotfight.de. Ich kann es immer noch nicht. Schaut ihr das live im Stream mit den beiden und dann komme ich noch dazu zur Live-Review auf YouTube. Danach wahrscheinlich so gegen 22 Uhr. Das wird so drei Stunden oder so gehen. 22 Uhr vielleicht was früher, vielleicht was später. Sind wir dann da. Und jetzt singen wir Frère Jacques. Es wird sehr schlimm werden, aber das macht nichts, denn ich fange an. Frère Jacques, Frère Jacques. Du musst das anfangen. Wenn ich Frère Jacques gesagt habe, das ist ein Kanon, dreistimmig. Du kannst auch auf Deutsch singen. Börte, kannst du die zweite Stimme? Per kann das nicht. Frère Jacques, Frère Jacques, dormez-vous, 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 frère Jacques, frère Jacques, Haltet die Hände bei der französischen Bettdecke. Bis zum nächsten Mal. Salut!